Hallo und Leute und willkommen zurück zu Let's Play Schwenker mit Tensei und ja bevor ich mich jetzt um Karma kümmern Kammer Kümmer ja ähm will ich ein bisschen fusionieren ja ähm äh 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 genau aber ich wollte dich, Megami Brigitte, mit dir, Mabufu, Marawi und Endcurse, Fireboost, brauchst du nicht Endcurse das ist ja sowieso schon eigentlich Extrabonus und ja komm Fireboost äh ich muss eh schauen weil ich mir mit Brigitte hier jemand anderem holen will 35,35, du ist EP, du nicht und zwar hier oh Czernobock der ist auch irgendwie richtig cool der B43 aber den kann ich mir noch nicht tun oder ich tue mir Tuna Tuf Tuna Tuf Tuna Tuf, Tuna Tuf, Tuna Tuf und das ist nicht mehr es ist nicht mehr die Fahre von dem aber auch mit dir Mabufu wieviel MPH zu 52 ja ähm Mutti kommt dann einmal rein Mal Nio hast du Mabufu, 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 Mabufu und zwar heißt selbst und zwar will ich Prozent ja nur geht einmal so schauen man muss er sich ums Verbot ja okay dann brauch ich den brauche ich gar nicht ja was habe ich hier HP Up nein MP Vitalität After Fusing 43 Jahre das können wir machen sowohl die Physiker Boost Mano Bonus Brauchst nicht Extra Bonus und Plus Chance für Möven Post Extra Ich weiß nicht ich mache ja Fire Boots Scheiße ich habe mir eigentlich keinen zweiten Pendler von kaufen müssen Super Fasusu gibt es ja auch Bees Nure Nure ist auch interessant Odin könnte ich mir hier auch noch holen Odin ist aber nicht so ganz ja Nativ 34 34 ich bin am belegen ob ich mir den jetzt dann echt das witzige ist ich habe vorher nicht gespeichert das ist jetzt dann ein bisschen blöd aber ich will das jetzt dann nicht mal schauen da hat aber recht viel MP muss ich sagen ich bin um 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 was die und von sich auch hier es geht um um die Monommer dann trifft alle die UK die die aber es ist aber es ist gut die Leitungen ist auch gut die die Spiegel ist Gönig und erläutert kurs machen wir ja ein live bonus mit 312 live asura kamer grans potential förder tag es soll hören aha okay paladin soul nämlich nicht das bin ich ein belegen oder sie nicht lassen ich würde ich eigentlich gerne weg machen mich ja nicht so was was ich gerne habe nicht zu sein ich lasse doch modem ja so fusionieren wie geht es auch von 26 auf 24 stärker runter bis ich mir recht um ehrlich zu sein ich bin tonatio der omega das leichter sind das licht der sonne und auf meinem rücken soll deinen weg erleuchten ja du und du hier kommt zu meinem natürlich was kann ich noch machen kann man kann man da hast du ja nicht war nur der wer auch was war nur diese wir haben sich immer wieder so kritisch hatte sachen wo ich mir belegt hat sich das dann auch für dann wollen ich habe auch was so gut durch die mit dem um die ich glaube ich glaube ich glaube ich wirklich um selbst die wird durch doch gern ein paar ändern würde Zum Beispiel hier Ne, Barfumet kann man eigentlich lassen Layla 32, 31 Ne, okay, ich glaube die Leute passen schon so Das muss ich natürlich erstmal hier Meine zwei suchen Zu meiner linken oder zu meiner rechten Ja, das ist jetzt so die Sache Für mich ist das echt eine wichtige Sache Zu wissen, ob der jetzt zu meiner linken oder zu meiner rechten steht Ne, ich glaube ich habe das lieber so Weil ich glaube immer links greift zuerst an Vor rechts, aber es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an 12, 11, der greift auf jeden Fall erst an Aber ich glaube zuerst bin ja eh ich Ich weiß nicht ganz 13, hier 9, wow Der hat mal ganz schneller hier 8 Genauso schnell hier an Nur Ayri halt So, ich glaube das passt dann so Ich würde jetzt auch gerne speichern Wenn es dann nicht funktioniert Dann machen es anders Und zwar speichere ich dann auf meinem Reservelegen Weil ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt dann Schaffe die zu besiegen Die Karma So, das Ganze hatten wir schon mal Deswegen überspringe ich das Ganze ohne vorzulesen Ich habe viel zu oft das Ganze Daichi ist echt überall dabei So Jetzt kommt natürlich jetzt mal das Super Strippen Ja Ich finde das so witzig Wie erstmal gar nichts passiert So Tja Das ist Das ist irgendwie voll lächerlich Ich finde das so witzig Das ist einfach nicht sexy genug Fumi sollte mal was machen Das ist echt Ich hätte es eigentlich viel lieber gehabt Wenn Io gemacht hätte Ja Wir warten natürlich Dann werde ich natürlich beleidigt als Creep Ja, du mich auch So, da ist Karma Ja, jetzt mach mir Hine hier Äh Ja, ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat Tja So Ja Natürlich hat Karma Angst vor Shiva Aber was willst du machen? Sehr, ja, zersprochen Äh, ja Alles klar Ja Ja, er versprüht Dein Liebesduft Was ist ich Überall wo du willst Hier schau mal, dass ich so weit wie möglich An dich herankomme Nur um deine Viecher da zu pläppen Ja, welche ist echt So, das war auch vorher mein Problem Weil die Viecher genau dahin abgehauen sind Nach oben werden sie sowieso nicht rennen Das soll ich jetzt schon Das heißt, oben brauche ich gar nicht schützen Sondern runter Ja, jetzt flipp die erstmal aus Ja, jetzt flipp aus Ja, das war jetzt voll der Megasprung So Danke Jetzt kommen wir endlich anfangen Skillcracks Mal schauen Gibt es irgendwas interessantes Mike Gehit, Mike Call Force Boost Drain Hit Schauen wir mal Drain Hit Ob ich ihn bekomme, ist die andere Sache Das geht ja auch Das geht ja auch Force Boost Können wir auch mal holen Äh, Mike Mike Call Das ist egal Oh, dann fällt mir etwas ein Skills Wieser, Double Strike New Raid Man, das ist jetzt echt ein bisschen Deeper physical attack Zweimal angreifen Oder Crit Hab ich eigentlich nicht was besseres Ähm Crit up Deal more damage With crits Ja Atelier Minusius of counter Nein This must One, two damage Deable Aha Fire Boost Ich hab da zumindest was anderes So Das ist schon mal eins Ähm Hab ich nicht mehr Crit Shots Hero Das ist jetzt blöd Das Ding in der Mitte fehlt mir Endfüß und Eis Jetzt kommt das Ganze an Negationsding Moneybags, Live Aid Schade Ähm Jetzt ist echt die Sache Double Strike oder Ja, das ist jetzt blöd Weil mehr Schaden Bei kritischem Treffer Wäre eigentlich ziemlich cool Sache ist bloß meine Crit Chance Das gerade mal bei 25% Es gibt noch 50% Das weiß ich Gab es ja im ersten Fall noch Und Jetzt weiß ich gar nicht Ob es sich lohnt Erstmal das Crit Up hoch Also hinzusetzen Ähm One Small Attack And One Medium Attack Ähm Ich bin überlegen Es einfach mal so auszuprobieren Ich den Double Strike Wecken las Positions Ähm Eiri kommt da hin Io kann da hinten bleiben Jungu kommt da hin Und das beginnen wir mal Ich hoffe bloß, dass ich es auch schaffe Weil ich habe keine Ahnung Letztes Mal habe ich ja auch voll verkackt So Ähm Schauen wir mal Wie viel Schaden die machen 243 Das geht 402 Das ist super 542 Jawohl So sieht es doch ganz schön aus Oh ne Ich will die nicht setzen One appears to have been a fake You must locate the real Karma The real Karma ist wahrscheinlich Wieder der weiter unten So jetzt habe ich erstmal alle in Range Das heißt Ich glaube nämlich das ist der real So Hau mich mal schön auf dich drauf Wecken Und ein Magufu Ein zweites Magufu Und ein Mazan So Nummer 1 Nummer 2 Und Nummer 3 So war doch sehr schön So der hinterste ist weg Und das war natürlich der richtige Karma Tja Warum hast du mich herausgefunden? Ja ich kann nicht gegen dich gewinnen So Going to escape now No matter what it takes Das blöde ist halt echt Ich muss schauen dass ich So schnell bin Und ich da zum Ausgang komme Das ist echt nicht cool Wenn ich schon dabei bin Kann ich den da auch gleich weghauen Ich habe eh keine andere Wahl Als zu warten Ähm Ja das ist wurscht Da kann ich auch in die Mitte gleich reinhauen Ähm Mabufu Da kann ich in die Mitte reinhauen Weil ich von denen eh nichts brauche Deswegen ja Wurscht Schnell weghauen So wenden wir Ja komm Greif an Ich weiß nicht Würden die dann abhauen Wenn ich die nicht besiege Also so nach dem Motto Ich greife die jetzt nicht an Also ich finde jetzt nicht Einen richtigen Würde der dann Immer noch versuchen abzuhauen Oder würde er dann Die ganze Zeit an der Stelle bleiben Weil dann könnte ich mich Selbst noch positionieren Und dann ja Schauen dass ich es wegbekomme Also dass ich Mich Äh Vor den Ausgang stellen Und der nächste kommt Also ich habe die ganzen Viecher Jetzt alleine mit Eiri weggehauen Bis auf einen Pyrojack Das ist jetzt echt interessant Ja blöd Das kann ich bei dir machen Du hast ein Turain da drauf Das heißt ich kann Nichts von dem machen Machen wir so 55 Bisschen Lamp So 112 Der ist Ja das ist schon mal sehr schön Und noch einmal Bufu Und weg die Gruppe Ach ne Ich habe zwei Pyrojacks Nicht mit Eiri weggehauen Genau die an den Ecken Hm Ähm Ja wenn du Io angreifst Hast du ein Problem Äh hast du kein Problem Wenn du mich angreifst Wirst du tot Mit Io Weiß nicht ob er tot ist Da könnte er sogar überleben Wenn er Glück hat Aber so wie es aussieht Hat er sogar Glück Und wird überleben Oh Das ist nicht cool Ja Crit Das ist mir wurscht 126 Drain Hit Krass Maren Karren habe ich nicht bekommen Das stört mich weniger Ist bloß Maren Karren 79 weg Oh doch nicht Gut Habe ich halt falsch gesehen Drain Hit Ja So Auf dich möchte ich jetzt mal schön kloppen Oder zuerst hier auf der Seite wohl eher Ich glaube die auf der Seite kriege ich mit dem Ah Der hat ja Schild Ach ne Scheiße Habe ich komplett vergessen Das heißt ich muss immer auf einen gehen Scheiße Das habe ich jetzt echt komplett vergessen Fuck Gut passiert Ähm ja passiert Und dicht da oben kümmere ich mich gar nicht Affection natürlich Den heilen wir Ähm Greifen wir an Das blöde ist Ich brauche Karma gar nicht angreifen Wenn ich die beieinander Seiten nicht weghau Ähm Ja weil Die richtig scheiße sind Ne weil die halt einfach heilen können Das wäre dann Das ist mein großes Problem So jetzt ist der Block schon mal weg Regine Ja Block Finde ich sehr gut Und mal Sio reinhauen Leider mache ich ja nicht so viel Schaden Ist echt nicht cool Von Dien Das ist noch weniger cool Jetzt bin ich natürlich was tot Das wollte ich nicht Scheiße So Ähm mit Junko lauf ich jetzt runter Es wäre sinnvoll wenn ich mit Eiri den angreifen würde Weil da kann er nicht zurückschlagen Das würde echt sogar Sinn machen So ein bisschen Feuer raushauen Ein bisschen Eis raushauen Und wieder ein bisschen Feuer raushauen So schön dass es dir nichts gebracht hat Weil die anderen beiden kommen nicht dran Tja Auf jeden Fall muss ich erstmal mit Junko da auf Das Ja genau das meinte ich Die können sich heilen Das ist nicht cool Das ist eigentlich überhaupt nicht cool Das heißt mit Scherz muss ich dann immer wieder einen angreifen Aber ich muss dann auch Schauen dass ich genau Hm Mache ich das so oder so Ne ähm Ich greife den jetzt an Ich greife genau einen von den beiden an der Seite an Und Dann ja Multi-Hit mal gucken Wie viel Schaden ich mit Multi-Hit mache Shield all Ja dich greife ich gar nicht an Weil es mir wurscht Natürlich erst mal einen Block Ähm Multi-Hit 87 Schaden mit dem zweiten Leider Das ist zu wenig Macht viel zu wenig Schaden Ah Okay Einen kann ich zumindest schon mal weghauen 200 Schaden Ach du Scheiße Das ist nicht cool 200 Schaden ist echt nicht cool Ähm Moment Recom haben sie nicht Find ich gut Mal gucken wie fühle ich mich heil 83 Ja das geht noch Am Ende Ähm Also hat er nichts So eine Range Das heißt ich kann ihn Schön von der Weite angreifen Und zwar richtig schön Den an der Seite Erstmal weghauen Masan Ähm Marenkarin Das ist natürlich sehr schön dann Und noch Masan Schade Ach der ist ja gar nicht dran Sehe ich Merke ich ja jetzt Ah da hätte ich angreifen sollen 826 Das ist das Ende Mit Dschungo stellen wir uns mal schön dahin Ähm Brigade Affection Mach mal das Teilen hoch Läuft doch bis jetzt ganz gut Ja der kann mir eh nichts anhaben Ah ich mich schon über der Seite Cool Nein ist nicht cool aber Was willst du machen Bin ich halt drüber Muss ich jetzt parkwenden Ey Das war nicht nice Scheiße ich hab vergesst mich selbst zu heilen Ups Ups Passiert Auf jeden Fall beende ich dann hier jetzt erstmal den Part Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Leute Bis dahin Auf Wiedersehen